In diesem Video wollen wir zeigen, wie man sein eigen erstelltes Lehrmaterial nun wirklich richtig lizenziert. Also eher praktisch gedacht, wie macht man denn das eigentlich? Gehen wir mal davon aus, dass Isabelle eine Präsentation für ihre Studierenden erstellen möchte, um zum Beispiel hier den Elefant Elli vorzustellen. Nun, dann nimmt sie die Präsentationssoftware dazu und gibt einfach dort einmal den Titel ein, Elli, die Karriere eines Elefants im Internet. Danach möchte sie jetzt eigentlich gleich einmal die richtige Lizenz auswählen, damit man das keinesfalls übersieht. Dazu ruft sie die Seite creativecommons.at auf, scrollt etwas hinunter und findet den Punkt Werk mit CC-Lizenz teilen. Perfekt, genau das braucht sie. Sie wird jetzt nun auf creativecommons.org shareyourwork weitergeleitet und findet dort eine große Überschrift shareyourwork. Und darunter wird sie aufgefordert, die richtige Lizenz zu wählen. Daher klickt sie auf getstarted. Noch ein Klick und sie gelangt auf die Webseite, wo sie eigentlich nur zwei einfache Fragen vorfindet, unter dem Punkt Lizenzeigenschaften. Die erste, ob sie es erlaubt, dass Bearbeitungen ihres Werkes geteilt werden können, also ob diese modifiziert werden können. Zweitens, ob ihre Präsentation auch kommerziell genutzt werden kann. Nachdem sie sich natürlich den offenen Bildungsressourcen verschrieben hat, bejaht sie beides und bekommt unter ausgewählte Lizenz eine CC-Buy angeboten. Mit dem Hinweis, dass sie tatsächlich eine Free License ist. Perfekt, denkt sie und scrollt natürlich jetzt weiter nach unten. Sie findet dort dann das Icon und einen Link auf den Lizenztext, sowie, falls notwendig, auch ein Codeschnipsel für die eigene Webseite. Sie lädt das Icon mit der rechten Maustaste auf ihrem Computer und kopiert den Link in die Zwischenablage. Nun aber wieder zurück zu meiner Präsentation, denkt sie. Macht dort ein Textfeld, spielt den Link hinein, zudem holt sie das Icon in die Präsentation und platziert beides gut ersichtlich im rechten unteren Eck. Nun beginnt die eigentliche inhaltliche Arbeit. Der Elefant wird vorgestellt, die Varianten anderer nebeneinander platziert. Fertig. Die Präsentation wird abgespeichert als PDF. Und damit es natürlich jetzt für andere verfügbar ist, auf einer öffentlich zugänglichen Plattform gespeichert. Isabel wählt dafür Slideshare und lädt die Datei dort hoch. Unter Bearbeiten, Einstellungen kann nochmals überprüft werden, ob auch die richtige Lizenz eingestellt ist. Aber letztendlich ist diese natürlich jetzt auch in der Präsentation. ZEB-Geräusche 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 ZEB-Geräusche